und auf ein neues ich hoffe dieses mal schaffen wir es endlich etwas weiter so wirklich waren die letzten versuche nicht weiß nicht wirklich woanders liegt ich meine ich spiele ja mit jedem tag mindestens erst töten dann reden also ich spiele jeden tag mindestens die eine folge hier manchmal auch zwei also eine viertelstunde bis halbe stunde training pro tag und das machen wir schon seit wie lange ein zwei wochen das heißt eigentlich müsste ich doch mit jedem tag so dick besser werden sehe ich noch nicht so ganz aber gut ich habe gerade eine blondine gehört die ist bestimmt da wo wir jetzt nicht mehr hinkommen oder? ah ne da ok da kannst du aufhören zu schreien ich weiß dass du da bist das was zur hölle ich wollte gerade sagen das ist aber nicht gut gelaufen dabei haben wir ja keinen Schatten genommen warum auch immer also ich muss irgendwie ganz schräg auf die aufgetroffen sein und so die geköpft also von oben rauf gesprungen vielleicht ist das ja ein gutes zeichen bleib mal kurz da oh rubin das war ein skelett ok ich scheine nicht besser geworden zu sein aber wenigstens habe ich jetzt glück und sie läuft direkt in den ausgang ja ich glaube heute ist mein glückstag das sollte man natürlich nicht auf die probe stellen so springen wir da rüber springen wir da rüber genau komm her komm her ah ja ok die folge ist gut alles ist gut wir haben zwar nur 8000 gold aber wir haben eine spinne in der stachelfalle gelotst und lauter andere lückliche zufälle so kann das weitergehen jetzt bombardieren wir die arme schlange da mit vasen hier ist nix zing 100 gold naja ich höre jetzt schon wieder ein help und da ist sie auch schon direkt daneben kalitempel ok ist da noch irgendwas nein so erstmal gold dann blondine shop äh bom könnten wir zwar kaufen aber noch haben wir vier ich denke das reicht erstmal oh spinne komm her ja quatsch ganz schön hochgesprungen eben adihop adihop da ist der ausgang wir machen aber nicht besonders viel gold naja sei es drum ich will überhaupt erstmal wieder in den dschungel kommen oder halt auch später in die eiswelt aber das ist glaube ich utopisch oh ein schlangen dingens feitsch das heißt wir können eine spitzhacke bekommen das ist sehr gut wo fängt das schlangen ding an ist das das hier schon feitsch also das hier könnte es sein aber ich weiß nicht äh äh ich brauche was zu werfen genau du komm mal mit so drei stück geschossen oh ich hätte nicht stehen bleiben sollen so nix drin nix drin da ist ein götze den fassen wir nicht an so die fledermaus ist da nicht so schön so feitsch bitte bomben bitte bomben bitte bomben ja blondine ist nicht hier zur Hölle ist die blondine ist die hier irgendwo hm und da werde ich Falsschaden kriegen also sei runter so zeigen oh oh das hätte jetzt auch gehen können so also wir springen jetzt hier weg laufen weg ah da hätte ich wieder von Trümmern erwischt werden können hätte ich vorsichtiger sein sollen so dahin du dahin jetzt hätten wir gerne Zugang zu der Kiste mit dem Schlüssel da ist der Ausgang au und überall sind Edelsteine sehr schön da durch die Box ist da nicht so gut das kann ich gar nicht schaffen oder? ne ich glaube nicht ok wenn ich es nicht schaffen kann versuche ich es gar nicht erst soing ihr fallt nicht runter oder? ne gut so hier noch zwei Edelsteine und ein Geist kommt ja 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 und weg Shopkeeper werden nicht von Geister geschildert das ist irgendwie unheimlich so hier sträuben sich die Haare das heißt ganz viele Spinnen richtig? au Kletterhanschuh du kommst mit runter ach ja Spitzhacke ist toll ups präz zw Ist da ein Skelett? Ja, kein richtiges. So. Ich habe bisher noch keine Blondine gehört. Oh. Große Spinnen macht Ärger. Zwei große Spinnen machen Ärger. Und ich glaube, die Spinnen da oben müssen wir gleich sterben. Jo. Haben wir noch irgendwas zu holen hier? Ja, eine Blondine. Warte mal. Komm her. Peitsch. Peitsch. So, du musst ganz schnell zum Eingang. So. Schnappen wir das kleine Gold hier noch. So. Und mit der Picke könnten wir theoretisch noch ein bisschen Gold rausholen. Aber ich denke, die geht ja kaputt. Und das will ich nicht riskieren. Dschungel. Sehr schön. Da ist die Blondine. In dem Piranha-Becken. Das. Ja. Warte mal. Du bist kaputt. Und Piranhas. Nein. Ich habe die doofe Tiki. Ja, genau. Die Tiki-Fallen funktionieren nämlich auch, wenn sie kaputt sind. Das ist doch... Aber gut. Wir müssen nun umgehen können. Du warte da. Du musst damit nicht in die Stapeln oder so. Oh. Okay. Oh. Hier bist du sicher. Wo ist der Ausgang? Verdammt. du kommst noch mit hier ist kein ausgang muss der ausgang hier irgendwo sein kaputt unten rechts ist der ausgang zwischen zwei ticke fallen wir können uns da einfach durchsprengen halt bitte bitte die füße stellen nein das war die falsche taste so war das nicht geplant eigentlich würde ich mich hier durchsprengen so geht es da rein wo gerade reinfallen schon weg ja es war krillig und wieder drei herzen die ticke fallen hat mich echt total hinterhältig erwischt ich dachte wenn ich das oben kaputt haut das ganze ding kaputt aber pustkuchen also ich hätte jetzt gerne diesen nektar aber dann müsste ich vorher feitschen wieder zwei herzen um den nektar zu bekommen müsste ich eine schrothflinte finden ist das die fronte war jetzt wieder die bunte kaputt das ausgang okay was haben wir noch werden ganz ganz viele piranillas da muss man doch stehen bleiben bleiben so die kiste will ich haben ja großer piranha da frisst eine schlange ich sollte damit nicht umspielen einfach raus hier einfach raus so küsschen wieder drei leben das wäre schön wenn wir ein bisschen höher kommen würden da haben wir eine händler ein bisschen gold da haben wir doofe steinzeitmenschen klappt nicht ganz von hier Mist ich wollte eigentlich in die stacheln schmeißen na gut nicht rumspielen georgon ist die tagesaufgabe und so hopp 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 okay ist alles gut na tiki falle tiki 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 falle nicht vor tiki fallen stehen bleiben Mist 43.000 das ist echt der fluch der 40.000 kann das sein das war die letzten folgen schon mal gucken wie weit ich mit 40.000 jetzt komme ja Platz 3 und diesmal kein 320.000 an erster Stelle hat er überhaupt mitgespielt nö das können sie erklären dann macht es bestimmt nach mir nee aber na gut das ist warte mal wir können zurück gucken nach gestern ne links ne das bin ich linker Knopf ne wozu achso Filter ändern nein vorheriger Tag LS was ist denn LS der da ich bin absolut verwirrt na gut gehen wir raus hier und wir sehen uns morgen wieder zu einer Daily die hoffentlich besser wird wobei die eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen ist wir sind wenigstens bis in den Dschungel gekommen und ich glaube sogar einen dritten Teil des Dschungels also ist ein Aufwärtstrend jedenfalls so ansatzweise also bis morgen mit frühen wozu hin 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 Vielen Dank.